Hammer, naja, vielleicht brauche ich den. Aber immer schön Knarre im Visie behalten. So, wie geht's? Boah, was ein Panzer. Ich will den auch, ich will den fallen. Gibt es hier was? Getränke-Dose. Ne, danke. Kann ich hier noch was machen? Gut, von hier kommen wir ja. Glaub ich mal, wir sollten mal runtergehen, oder? Oder was ist hier? Ich kann hier wieder raus. Okay. Aber lass uns mal runtergehen. Da konnte ich irgendwo noch mal runtergehen. Hier. Was ist das? Nicht am Ende des Tunnels. Ah, okay. Das war die seine Tür da. Das geht ab. Der kennt mich nicht. Sehr gut. Ich bin im Untergrund gelandet. Okay, es ist irgendwie total spannend gerade. Was passiert jetzt? Servus. Okay, das ist auch noch weiter. Let's go. Wenn du sagst. Oh oh. Oh oh. Ach wie? Der Typ kann mich erkennen, aber der Typ nicht. Oh, das ist ja gar nicht lautlos, Mann. Wo ist meine lautlose Knarre? Ah. Ah, ich Idiot. Ich wollte ihn lautlos eliminieren. Wo ist jetzt meine Maschinengewehr? Hier. Scheiße, Mann. Oh, mein Kuss. Ich glaube, die sind alle weg. Ah, da kommt einer. Warte mal. Kann ich ihn alle in Schränke packen? Schussbude gehört, Mann. Warte. Weiter geht's mit dem Ding. Ich glaube, ich habe keine ganzen Schränke. Ich habe keine ganzen Schränke, die ich durfte. Was haben wir denn hier? Geschick Zusatzcode. Zugangscode. Okay. Was ist das hier? Suppletten-Delta. Na ja, kann man Gift reinmachen oder irgendwas. So, jetzt haben wir wieder vollgetankt an Ammo, an Munition. Okay, ich werde gar nicht mehr gesucht. Alle sind ja tot. Okay, weiter geht's. Aha, noch eine Code-Karte. Sehr gut. Haben die anderen noch was gehabt? Er hatte nichts. Er hatte nichts. Wir haben alle nichts. Okay. Ich habe das Passwort. Das Pass-WO-T. Ich habe das Passwort. Die Code-Karte. Bin ich nicht von hier gekommen? Lass uns kurz nachdenken. Wie geht's denn es Spider-Karte? Now stehe. Aber eben nicht. Das war doch nicht. Ich muss mich nicht mehr so gut aus Florida. Weiß nicht. öffnen wir mal das Ventil hier, vielleicht kann man es ja irgendwie später zur Explosion bringen, wenn die ganzen Terroristen hier sind, vielleicht brauche ich die Münzen, ja nimm die alle mal, kann ich ja sonst noch was machen, ein Säbel, geil, achso dafür muss mein Maschinengewehr loswerden, ne, ne, geht die, ich bin ganz normal Elite Soldat Regi, alles klar, servus, alles klar, servus, servus, hier, was geht ab, salute, salute, wenn ich hier gar nicht erkannt werde, dann können wir hier weiter machen, die unorthodoxe Art, ich komme durch, salute, servus, ich komme durch, juhu, ist, dass er ein Policeman, die getötet wurde, wenn die Merckz attackt, Strandberg's prison transport, das Morgen, so, er, hat, got cold feet, tried to blow the lid on the whole operation, oh, not smart, aber, according to the Soldiers, the condemned prisoner in the cell was a close friend of Zaydan, however, when his brother, a Marrakesh police officer, was killed during Strandberg's breakout, the prisoner decided to betray Zaydan and go public, Alas, he was caught before he could thwart the coup d'etat. Hm, hm, hm. He's a pretty human, I'm just glad I wasn't picked for the firing squad. I hear you. Okay, wir müssen die Zelle des Gefangenen finden. Gab was, was, was war denn hier? Achso, nur überwinden, alles klar. Geh' mir mal runter. Kann ich hier was nehmen, oder was? Nope. Kann ich hier runter fahren, runterspunnen? Nope. Ich kann ihn aber runterschubsen, oder? Mach' ich aber nicht. Dann gehen wir mal hier runter. Ach, hier durfte ich ja vorher nicht durch. Jetzt kommen wir sogar von hier. Aber schauen wir mal, ob ich hier irgendwie runter kann. Komm' ich hier nicht normal runter? Okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Was, hey. Geh' mir mal hier rum. Ja, ja. Servus, salute. Wow, 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 wow. Hey, Zell. Hä? Der kennt mich ja, der General. Der kennt mich ja, der General. Da ist er, mein Ziel. Da ist er, mein Ziel.